Ja, meinst du? Ja, ich meine. Jut, da weiß ich, was ich nenne. Ja? Ich rufe es bitte an, das möchtest du wissen. Die von der Kneipe? Okay. Dann rufen wir die Dame doch mal an. Hallo? Hier ist Günther Jauch. Hä? Was? Wer? Günther Jauch. Von wer war's Millionär? Gernisch nicht.